Zehn unbequeme Wahrheiten über deinen Kinderwunsch. Alle zehn traut sich kaum jemand öffentlich zu teilen, aber alle zehn müssen unbedingt mal gesagt werden, denn Mitleid bringt uns nicht weiter. Wir brauchen klare Worte, damit es dir leichter fällt, mit Vertrauen und Klarheit deinen weiteren Kinderwunschweg selbstverantwortlich zu gestalten, um dich bald über einen positiven Test zu freuen. Starten wir also mit der unbequemen Wahrheit Nummer eins. Das Problem unerfüllter Kinderwunsch löst sich nicht von allein. Nur zu entspannen und abzuwarten wird dich, wenn es bisher so nicht geklappt hat, auch in Zukunft wahrscheinlich nicht weiterbringen. Viel zielführender ist es, wenn du akzeptierst, dass es eben nicht einfach so klappt, du aber auch mehr in die Tiefe gehen und bisheriges Wissen hinterfragen musst, um die Ursache des Problems zu lösen. Und zwar ohne dich von Aussagen wie du steigerst dich da rein oder sie sind noch jung, das wird schon oder warten sie mal ab oder entspann dich mal, von deinem Weg abbringen zu lassen. Egal, wer das sagt. Ja, es wird auch mal anstrengend sein und es kostet eine Menge Commitment, aber es lohnt sich. Und das bemerkst du dann, wenn du erkennst, dass du tatsächlich etwas tun kannst, wenn du Veränderungen bemerkst und spätestens dann, wenn du einen positiven Test in den Händen hältst. Unbequeme Wahrheit Nummer zwei. Wenn du deine Fruchtbarkeit ganzheitlich verbessern möchtest, wird es Widerstand geben. Ärzte, die nicht verstehen, warum du bestimmte Blutwerte haben möchtest, die sie nicht als sinnvoll erachten oder sie dir auch nicht abnehmen wollen, nicht interpretieren wollen. Freunde oder Bekannte, die sagen, du steigerst dich rein, entspann dich einfach mal. Das wird dann schon. Und Menschen, die nicht verstehen, warum du deine vermeintlich gesunde Ernährung noch mal anpasst oder die nicht nachvollziehen können, dass du deine Gesundheit als Prio einsiehst und hier entsprechenden Werten folgst. Oder auch Internetforen, in denen genau das Gegenteil von dem steht, von dem du aktuell überzeugt bist. Und die Erkenntnis, dass es sehr viel mehr Zusammenhänge im Körper gibt, die dir vorher nicht bekannt waren, die dich aber einen erheblichen Schritt weiterbringen. Bitte bleib trotz dieser Widerstände deinem Weg treu. Du wirst deinen Weg finden. Das ist dein Körper, dein Wunsch nach deinem Baby und deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Wirklich unbequeme Wahrheit Nummer drei. Die Aussage, Ernährungstracking, einen Kurs, mehr Bücher, mehr Wissen, brauche ich nicht. Ich weiß schon alles. Ist Bullshit. Ich beschäftige mich jetzt mit mehr als zehn Jahren mit dem Thema ganzheitliche Frauengesundheit, Hormone, Kinderwunsch, Schwangerschaft, arbeite täglich mit Frauen und Paaren in diesem Bereich zusammen. Und auch ich sage, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Man kann da echt total in die Tiefe gehen. Du wirst gleich aber sehen, dass das vielleicht gar nicht das ist, woraus es wirklich ankommt. Kennt ihr Mount Stupid und den Dunning-Kruger-Effekt? Der beschreibt das eigentlich ganz gut. Diesen Mount Stupid, diesen, ja wie nennt man das, Berg der Dummheit, den erreicht man, wenn man etwas mehr Wissen hat, als der Durchschnitt, aber nicht erkennt, dass es da noch viel mehr gibt, in das man in der Tiefe einsteigen kann. Und dass man bisher vielleicht maximal Halbwissen erreicht hat. Und damit will ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie unnütz ist, dieses Wissen, überhaupt gar nicht. Oder dass man unendlich viel Wissen braucht, um schwanger zu werden. Viel entscheidender ist es, genau das Wissen für sich zu extrahieren, was für dich persönlich aktuell relevant ist und das dann auch wirklich umzusetzen. Und das ist eine viel größere Herausforderung, als sich einfach nur mehr Wissen anzueignen. Da bin ich mir sicher, das können ganz viele, ganz viel Wissen aneignen. Aber diese Selbstreflexion, diese Klarheit über deinen Weg, was für dich aktuell wichtig ist, die Umsetzung, wird dich viel weiter bringen, als das Wissen allein. Unbequeme Wahrheit Nummer 4. Gerne gesehen, macht es dadurch nicht sinnvoller. Vergleiche mit anderen, die einen vermeintlich schlechteren Lebensstil haben und trotzdem ohne Probleme schwanger werden, bringen dir gar nichts. Außer, dass du dich schlechter fühlst und erst mal alles hinterfragst, was du an gesunden Routinen aktuell umsetzt. Und ich glaube nicht, dass dich das weiterbringt. Viel hilfreicher ist es, wenn du dich mit dir selbst vergleichst. Wo hast du am Anfang deiner Reise gestanden? Wo stehst du jetzt? Kleine Fortschritte, die dir im Alltag vielleicht gar nicht mehr so auffallen, aber die du definitiv gemacht hast. Was hat dir geholfen? Was davon ist wiederholbar? Vergiss jetzt erst mal den Teil der Gesellschaft, bei denen es so leicht erscheint, bei denen wir sofort schwanger werden, von denen wir aber auch die individuelle Geschichte häufig gar nicht kennen. Wir, die eben ein bisschen mehr Support brauchen und ein bisschen mehr einfach ein Thema haben mit diesem Kinderwunsch, haben einfach ein ganz anderes Level an Support für unseren Körper. Und jetzt gilt es einfach herauszufinden, was genau das für dich sein kann. Auch wirklich unbequeme Wahrheit ist die Wahrheit Nummer 5. Du bist mit der Suche nach Ursachen schon recht spät dran. Meistens fangen wir halt an zu suchen, wenn wir schon ein Problem manifestiert haben. Wenn sich dieses Problem manifestiert hat, wenn du zum Beispiel nach einem Jahr noch nicht schwanger bist. Du bist vielleicht noch nicht schwanger und dann wurde dir gesagt, wenn du nach einem Jahr noch nicht schwanger bist, dann kommen die nächsten Schritte. Ja, vielleicht sagst du dir, okay, dann gehe ich eben in die Kinderwunschklinik. Die werden mir dann schon sagen, was das Problem ist oder was zu tun ist. Ja, und finden vielleicht heraus, warum ich auf natürlichem Weg nicht schwanger werden kann und was ich dann auch auf natürlichem Weg machen kann. Aber leider bleiben diese Informationen, insbesondere was diese ganzheitlichen Maßnahmen angeht, häufig aus. Mein Tipp, der richtige Zeitpunkt, um dich mit deiner Fruchtbarkeit und den Zusammenhängen im Körper zu beschäftigen, ist jetzt. Denn dann hast du nicht nur einen Einfluss auf das Schwangerwerden, sondern auch auf das Schwangerbleiben. Und dass das ganz besonders wichtig ist, sehen wir im nächsten Punkt. Punkt Nummer 6. Die Kinderwunschklinik wird dir nicht dabei helfen können, schwanger zu bleiben und eine Fehlgeburt zu verhindern. Die Klinik kann deinen Zyklus unterdrücken, mehr Eizellen zum Reifen bringen, als es in einem natürlichen Zyklus der Fall wäre, ganz viele Medikamente verschreiben und befruchtete Eizellen direkt wieder in die Gebärmutter einsetzen. Was sie aber nicht kann, ist die Eizellqualität verbessern und deinen Körper dazu bringen, die Schwangerschaft auch anzunehmen. Das muss dein Körper ganz alleine schaffen. Das kann der in der Regel auch. Manchmal braucht er einfach mehr Support. Problem, selbst die Gabe von Progesteron, was dann häufig verschrieben wird nach dem Transpär, wird alleine nicht ausreichen, um dich 100% vor einer Fehlgeburt zu bewahren. Da spielen einfach noch viel mehr Faktoren eine Rolle. Und ein paar davon kannst du auch ganz ohne Klinik beeinflussen. Und hierauf würde ich mich fokussieren, um die Einlistung und den Erhalt der Schwangerschaft zu erleichtern. Unbequeme Wahrheit Nummer 7. Eine meiner Lieblingswahrheiten. Die Aussage, ihre Blutwerte, Hormone sind in Ordnung, sie sind kerngesund, stimmt im Kontext Kinderwunsch meistens nicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie häufig ich diese Aussage höre und wo wir dann trotzdem im Coaching auf jeden Fall was finden, was wir verändern können. Das heißt jetzt nicht, dass du automatisch krank bist, wenn du solch eine Aussage hörst. Aber wenn es nicht klappt mit dem Schwangerwerden, bewegen wir uns einfach selten in einer wirklichen Krankheit, die schulmedizinisch diagnostiziert wird. Sondern vielmehr in einem hormonellen Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht wird schulmedizinisch oft nicht untersucht. Das fällt da also gar nicht auf, weil es nicht so in der Tiefe untersucht wird. Und das macht kaum wirklich starke Symptome oder diese starken Symptome oder Symptome an sich werden als normal erachtet. Außer eben das Symptom, also die Tatsache, dass du nicht schwanger wirst und dieses hormonelle Ungleichgewicht einfach ausreicht, um deine Fruchtbarkeit einzuschränken. Das heißt, wenn auch du solch eine Aussage bekommen hast und du aber trotzdem nicht schwanger wirst oder vielleicht auch sogar das Gefühl hast, das stimmt aber doch irgendwie was nicht, sonst hätte es doch schon geklappt, vertraue deinem Gefühl, das ist meistens richtig. Punkt Nummer 8 ist jetzt was für den Partner. Dass ihr nicht schwanger werdet, liegt nicht nur an der Frau. Stimmen werden immer lauter, dass die Spermienqualität bei den Männern immer, immer schlechter wird. Alleine ich hatte in dieser Woche fünf Paare am Telefon, in der Beratung, bei denen keine Spermien im Ejakulat gefunden wurden. Und es ist wirklich, wirklich schlecht. Und ich würde mich frühzeitig um ein Spermiogramm bemühen. Und um dieses zu verbessern, sind eben auch häufig verschiedene Lifestyle-Anpassungen notwendig. Ich würde mich jetzt nicht nur darauf verlassen, auf die Aussage, jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Kinderwunschbehandlung oder eine künstliche Befruchtung. Da habe ich auch häufig das Gegenteil erlebt, dass da auch anderes möglich ist. Das würde ich auf jeden Fall ausprobieren. In der Tiefe habe ich das in einer Masterclass zusammengefasst. Da kannst du gerne in die Videobeschreibung schauen, wenn du konkret wissen möchtest, okay, was kann ich denn da machen? Was soll ich untersuchen? Was sind passende Nährstoffe? Unbequeme Wahrheit Nummer neun. Und ich weiß, dass das viele von euch belastet. Aber trotzdem, die Leute, die dich auf deinen Kinderwunsch ansprechen, so a la, wann ist es denn soweit, sind nicht die Bösen. Oder machen etwas falsch. Oder wollen dich verletzen. Sie wissen es oft einfach nicht besser. Erst letztens habe ich mit einer Mama drüber gesprochen. Die hat zwei Kinder. Wir haben uns drüber unterhalten, was ich beruflich mache. Ich habe gesagt, ich helfe Frauen und Paaren dabei, ganzheitlich ihre Fruchtbarkeit zu verbessern, schwanger zu werden. Die haben häufig schon länger einen Kinderwunsch. Und dann sagt sie, ich habe mich mit diesem Thema unerfüllter Kinderwunsch noch nie beschäftigt, weil es mich nie betroffen hat. Sie konnte das Problem überhaupt nicht nachvollziehen, weil sie immer im ersten Zyklus schwanger geworden ist. Und so wird es sicherlich ganz, ganz vielen gehen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch nicht, dass du diese Aussagen dann alle so hinnehmen musst. Oder dass du akzeptieren musst, weil nach einem Wort, die wissen es halt nicht besser. Es ist aber leichter, das dann zu akzeptieren beziehungsweise damit umzugehen. In deiner Macht liegt nämlich, wie du damit umgehst und wie du darauf reagierst. Ärgere dich erstmal nicht über Dinge, die du jetzt aktuell im großen Maß nicht ändern kannst. Zum Beispiel die Reaktion anderer Menschen. Dein Rahmen ist deine eigene Reaktion und der Umgang mit dem Thema. Also du kannst zum Beispiel die Person, die dir das sagt, ja konkret darauf ansprechen. Das wäre jetzt dein Rahmen zum Beispiel. Das Thema wird aber emotional bleiben. Aber du hast die Macht, das Thema und die Situation für dich zu verändern. Okay, kommen wir zur unbequemen Wahrheit Nummer 10. Das ist sicherlich die unbequemste Wahrheit. Die Opferrolle wird dir nicht helfen. Ja, es wird dir leider nicht helfen, dich auch auf verschiedenen Kanälen oder in Foren zu lange aufzuhalten, in denen es eigentlich nur um Mitleid geht. Verständnis ist wichtig. Ja, das schon. Aber es wird dich absolut nicht weiterbringen, zu sagen, andere leben doch viel ungesünder und werden auch schwanger. Und es wird dich auch nicht weiterbringen, dich nicht mit deiner Gesundheit, deinem Zyklus und deinen Hormonen zu beschäftigen. Und es wird dir auch nicht helfen, die Verantwortung für deinen Körper und deinen Kinderwunsch komplett an andere abzugeben. Also zum Beispiel an eine Kinderwunschklinik. Du hast immer Möglichkeiten, selbst auch etwas zu beeinflussen. Ich würde mich auch nicht abgeben mit der Aussage, ihre Hormone sind in Ordnung, da kann man nichts machen. Ich würde immer, immer, immer selber schauen, okay, was kann ich denn noch tun, um meine Situation zu verhindern, um nicht in dieser Opferrolle zu bleiben, sondern wirklich in die Umsetzung zu kommen. Ja, es ist Aufwand, den richtigen Arzt, Therapeuten zu suchen, der dich ernst nimmt und in die Tiefe geht und wirklich daran interessiert ist, an der Ursache anzusetzen. So wir das zum Beispiel im Wissen macht Fruchtbar-Programm machen. Und sicherlich gehört auch Selbstreflexion dazu. Seine Ernährung zum Beispiel anzupassen, Routinen zu hinterfragen, die man schon lange so macht und bisher als gesund oder passend erachtet hat. Und es ist einfach so, dass Veränderungen auch anstrengend sind. Die benötigen Commitment oder manchmal auch finanziellen Aufwand. Zum Beispiel, wenn ich mir Unterstützung von einem Experten hole. Wenn ich zum Beispiel andere Wege gehe, als jetzt die klassischen. Ich selber habe zum Beispiel mehrere tausend Euro damals ausgegeben, mir dieses ganze Wissen anzueignen. Ich habe jetzt mehr als zehn Jahre meines Lebens investiert, um mir auch neben dem Wissen diese Erfahrung in der Umsetzung anzueignen, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und was ich jetzt in einem Bruchteil der Zeit im Wissen macht Fruchtbar-Programm weitergebe, weil ich denke, dass es wichtig ist. Ich habe einfach schon viel der Zeit schon gemacht und kann es jetzt komprimierter weitergeben. Aber es macht einfach Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es irgendwie verpönt ist oder nicht gerne gesehen wird, darüber zu sprechen, dass es auch Disziplin und konkrete Umsetzung erfordert, wenn ich ein hormonelles Ungleichgewicht habe, um schwanger zu werden. Und auch wenn jetzt Kommentare kommen, wie andere strengen sich auch nicht an und werden schwanger, wenn wir uns selbst schon nicht ernst nehmen, mit unserem Thema Selbstverantwortung übernehmen und dafür einstehen, dass sich etwas verändert, wie wollen wir das dann von der Gesellschaft erwarten? Also, habt den Mut, um tiefer in das Thema einzusteigen, wirklich etwas verändern zu wollen, das bekannte Wissen zu hinterfragen und auszuweiten, deinen Weg zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass dich das ein ganzes Stück näher an deine Schwangerschaft bringt und du diesen Weg vor allem mit noch mehr Selbstvertrauen und Klarheit meistern wirst. Das wünsche ich dir auf jeden Fall von ganzem Herzen und freue mich in diesem Sinne sehr darauf, dich in einem der nächsten Videos wiederzusehen, wo wir auch über diese Themen sprechen oder dich sogar bald persönlich im Wissen macht Fruchtbar-Programm kennenzulernen und dich auf deinem weiteren Weg zu begleiten. Mach's gut! Mal sehen,